Ohrkorrektur, wie läuft das ab? Das ist das Thema des heutigen Videos. Schönen guten Tag, mein Name ist George Sergio, ich bin der Leitende Arzt der Abteilung für Gesichts- und Plastische Chirurgie hier an der Praxisklinik Urania in Zürich. Das heutige Thema heißt Ohrkorrekturen und wie machen wir das? Ohrkorrekturen sind ein sehr, sehr häufiger Eingriff, der bei uns in der Regel ambulant, das heißt so stattfindet, dass die Patienten am gleichen Tag nach Hause gehen. Dieser Eingriff kann so durchgeführt werden, dass man es in Lokalanästhesie macht, das heißt in örtlicher Betäubung. Man kann es aber auch unterstützen, dass der Patient einen Dämmerschlaf hat, das heißt er ist zeitweise weggetreten im Sinn von er hat einen Schlaf, aber atmet selber, also keine Vollnarkose. Oder im Extremfall könnte man auch eine Vollnarkose machen. Bei uns werden diese Eingriffe in aller Regel in einem Dämmerschlaf gemacht. Weshalb? 80% der Patienten, die wir hier haben, die eine Ohrkorrektur wollen, sind kleine Kinder unter 6 oder 7 Jahren. Die Eltern und das Kind wollen vor der Einschulung die Korrektur vollziehen, damit das Kind in der Schule nicht gehänselt wird. Wir können das tun, weil das Ohrwachstum mit 5 Jahren eigentlich schon abgeschlossen ist. Jetzt kommen wir zur Frage, ist es denn angezeigt, dass man das operiert? Und da kommt die Frage, was ist normal und was ist nicht normal? Neben der optischen Erscheinung, das heißt, dass ein Kind Segelohren hat oder große abstehende Ohren, muss man auch die Größe des Ohres messen. Das heißt, es kann ja sein, dass die Lage des Ohres nicht stimmt. Es kann aber auch sein, dass die Größe und die Form des Ohres nicht stimmt. Das wäre dann eine zusätzliche Operation, also nicht nur eine Stellungskorrektur, sondern auch eine Formkorrektur des Ohres. Die kann einseitig, die kann aber auch beidseitig sein. Also das wäre eine komplexere Geschichte. Dazu gibt es ein separates Video, werden wir noch eingehen, was für mögliche Ohrkorrekturen es gibt. Wenn wir die Normvariante anschauen, das heißt, was ist normal, was nicht, dann messen wir eine Distanz von der äußeren Ohrkante zum Schädelknochen. Und auf mittlerer Höhe, wenn das mehr als 20 mm ist, das heißt, wenn das jetzt 32 mm sind oder 40 mm, dann haben wir ein objektives Maß, was wir korrigieren müssten, damit wir in der Norm sind. Wir machen in der Regel bei uns eine leichte Überkorrektur. Das heißt, wir werden etwa auf 18 mm gehen, weil wir wissen, die Ohren stellen sich dann nochmal ein bisschen nach. Und dann landen wir bei 20 oder 21 mm, was eigentlich sehr natürlich aussieht. Ein zweiter Messparameter ist der Winkel. Das heißt, wir nehmen die Basis hier des hinteren Ohres und messen den Winkel zwischen Schädel und der Ohrkalotte. Und das sollte nicht mehr wie 30 Grad sein. Wie auch immer, wenn jemand zu uns kommt und sich tatsächlich an den Ohren stört, dann hat er ja ein subjektives Empfinden, dann sagt er, es sieht nicht gut aus. Und wir versuchen das natürlich zu objektivieren. Das heißt, wir geben ihm Daten, damit er vor der Operation schon weiß, wie weit das unsere Korrektur ist. Wenn wir das gemacht haben, dann müssen wir mit dem Patienten darüber reden, in welcher Art der Operation wir das vollziehen. Weshalb ist das wichtig? Die Patienten sagen natürlich, habe ich dann Narben? Sieht man das? Sehe ich operiert aus? Und das ist genau das, was wir mit dem Patienten besprechen müssen. Hier an unserer Klinik wird die Ohranlegeplastik über einen sogenannten retroaurikulären Schnitt, das heißt einen Schnitt hinter dem Ohr gemacht, damit man nachher die Narben nicht sieht. Dann verwenden wir ein Verfahren oder ich verwende ein Verfahren, das sogenannte nicht-resezierende Verfahren. Das heißt, ich habe eine Operationstechnik, wo ich bestehenden Knorpel nicht opfere. Ich möchte nicht, dass die Patienten weniger Knorpel haben. Ich möchte ja nur, dass die Stellung des Ohres wieder normal ist. Die Ohren sind ja nicht zu groß oder zu klein in der Regel, sondern sie haben einfach eine falsche Position. Ich finde diese sogenannten resizierenden Verfahren, das heißt diese Verfahren, wo man ganze Knorpelstücke oder Knorpelstreifen wegnimmt, nicht schön, weil man opfert gesundes Gewebe und in der Regel sind die Übergänge dann von diesen Kanten, die man wegschneidet, so hässlich, dass man von vorne zwar die Narben nicht sieht, aber man sieht Kanten und unschöne Formen in der neuen Ohranlegeposition. Also, wie gesagt, bei mir nicht-resezierendes Verfahren, indem ich, dass ich, ich mache kleine Ritzungen, ganz spezifisch gesetzt, an ganz spezifischen Punkten, so dass sich das Ohr selber nachher in die gewünschte Form einbiegt und dann mache ich spezifische Nähte von hinten, die einerseits den Knorpel in sich stabilisieren und andererseits die Ohrmuschel auf die Schädelbasis fixieren. Das heißt, es ist mir wichtig, dass die Position vom ersten Tag an stimmt. Also es kann nicht sein, dass ich dem Patienten sage, müssen Sie, jetzt müssen Sie noch ein Stirnband tragen für vier Wochen und dann legt sich das Ohr an. Nein, das Ohr wird vom ersten Moment an die richtige Position haben, eine leichte Überkorrektur, also 1-2 Millimeter, so in der Regel bei 18 Millimetern und die Patienten sind auf dem Tisch bei mir, auf dem OP-Tisch, so wie sie nachher praktisch zu 95% auch nachher sind. Also wenn Sie sich, wie gesagt, für eine seriöse Beratung im Bereich der Ohranlegeplastik interessieren, nehmt euch bitte einen Termin bei mir in der Sprechstunde, die Kontaktdaten sind unten aufgebracht. Jetzt zum Schluss nochmal vielleicht die Nachbehandlung. Was ist zu beachten, wenn man eine Ohranlegeplastik gemacht hat? Ich finde es extrem wichtig, dass man den Kindern sagt, dass man nach einer Ohranlegeplastik schauen muss, dass sie in der Nacht zum Beispiel beim Schlafen die Ohren nicht abknicken. Das heißt, diese Wunde der Operation ist noch nicht abgeheilt und braucht in der Regel 2-3 Wochen, bis sie sich stabilisiert hat. In der Zeit empfehlen wir tatsächlich ein Stirnband zu tragen, auch während dem Schlafen, damit sich das Ohr schön anlegt. Untertags natürlich im Winter problemlos eine Mütze, eine Kappe, irgendetwas, das das Ohr hier schön stützt. Das sagt natürlich von Anfang an auch klar, dass in der Zeit nicht irgendwelche Helme getragen werden sollten, weil immer, wenn wir einen Helm tragen, wird natürlich das Ohr allenfalls in eine falsche Richtung gedreht. Also man muss das Ohr 2-3 Wochen nach der Operation schön führen mit einem Kompressionsband, das heißt ein normales Stirnband oder eine Mütze oder eine Kappe. Das ist überhaupt kein Problem. In der Regel werden wir dann nach 2 Wochen die Fäden entfernen. Und die Patienten müssen eigentlich in der Zeit keine grösseren Medikamente nehmen. Sie nehmen allenfalls die ersten 2-3 Tage kleine Schmerzmittel. Während der Operation gibt es allenfalls einmalig ein Antibiotikum. Ansonsten sind die Patienten in aller Regel sehr schmerzfrei. Was ich vielleicht noch anfügen muss, ist der Umstand, dass man gewisse Taubheitsgefühle haben kann. Das heißt, das Gefühl der Oberfläche ist ein bisschen anders, weil wir nehmen zwar keinen Knorpel weg, aber wir nehmen ein bisschen einen Hautstreifen weg, damit wir noch besseren Zug haben. Und durch das ist natürlich das Gefühl der Haut ein bisschen beeinträchtigt. Aber das kommt nach gewissen Wochen oder Monaten zu 100%ig wieder zurück. Wenn euch das Video gefallen hat zum Thema Ohranlegeplastik, gebt mir einen Daumen nach oben, ansonsten einen Daumen nach unten. Es würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal auch abonniert zum Thema Ästhetische Chirurgie und Ästhetische Medizin. Aus Zürich grüßt euch, Dr. Sterbio.